Barakallahu alayhi wa sallam, Besteck, was vergoldet ist oder versilbert ist und ursprünglich ist nichts Gold und Silber oder mehrheitlich nichts Gold und Silber, das ist kein Problem, du kannst das benutzen. Warum? Der Beweis dafür, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat einen Becher gehabt und der Becher hat Riss gehabt und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat das reparieren lassen mit etwas aus Silber. Okay, das wurde repariert mit Silber, gelötet. Wäre das total verboten, dann darf er nicht. Deshalb ist es fast Ijma'a, vergoldete, versilberte Arten von Besteck und so weiter darf man benutzen, Allah ta'ala ala wa sallam.